hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play skyblock heute um mit den spucks 6er pack und das hier ist nicht eine folge sondern das ist die zwanzigste folge von skyblock ja leute ihr habt richtig gehört das ist die zwanzigste folge von skyblock heute übrigens mal wieder mit stoppuhr hier ist eine zwanzigste folge und wow ich bin jetzt mit spucks und das sieht schon relativ besser aussieht ja das gefällt mir schon besser ja geil ja das sieht vor allem gerade auf dem neuen bildschirm sehr geil aus oder noch bei gta einstellen 16 zu 9 format nicht 4 zu 3 wie ich früher immer gezockt habe und das hier ist ja die zwanzigste folge 30 fs ok 30 fs ist jetzt nicht so dick aber das ist die zwanzigste folge und ja was machen wir in der zwanzigsten folge wir gehen zum ersten mal in die hölle oder haben zumindestens vor also 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 geht die Sonne ist unter ja ich glaube die Sonne geht unter es wäre gut wenn es wieder frisch funktioniert aber so das aussieht das muss ich Tumini-Items entfernen Tumini-Items ist ja schon ganz praktisch wenn man stirbt naja würde ich es ungern entfernen Dreckschlangenviecher 3 Stück gabeln da direkt aber es scheint in der Nacht wo wir schon alles kriegen ja super ähm ja das müssen wir jetzt so machen wir müssen natürlich Holz craften und dann wollen wir mal gucken wie war das ja genau ähm Stick Stick neun Stück ah dann gehen wir mehr halt auch nur ein Stück so perfekt what the f- ähm Video-Settings woran liegt's ok ich weiß nicht woran das mit den Texturen liegt mit den shadern mein ich der sorgt ja sonst auch nicht für Probleme ob es am Texture Pack liegt man weiß es nicht das war ja natürlich jetzt nicht so toll so wie immer noch gesagt zwei hier so drüber das machen wir auch so und einmal wieder runter bauen den Pürbis abbauen und ob sie Jan rausholen was ist das ist das sonst nie gewesen aber das lang gehen und dann Hölvenverdombardmann zack 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 man wir hier wir müssen dann mal für cheaten oh mein gott volle cheater geht aber gerade nicht anders auch keine spieler noch ohne monster hoffen wir dass das jetzt dann anfängt zu brennen so dass das jetzt gleich anfängt zu brennen weh wenn nicht so bisschen aggressiver für feuersaugen dann kann er mal eine neue Hacke machen es brennt ich hoffe das klappt das tun wir auch da wieder schießen Radma dann holen wir uns ein Feuerzeug wenn es nicht klappt ist es ja auch kacke ich habe die Steine zu viel abgebaut egal ergänzen einfach mit ein Stück Kies da ach die Erde habe ich sogar noch wenn ich die Erde gerade mal denn hier ist ja jeder Block wichtig jeder wird auch bald wieder hell super ach Leute wisst ihr was das bringt noch nix das bringt noch nix ja ja so so machen mal an also ein Feuerzeug und das Feuerzeug guck ich mal hier ja 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 Pferd geht doch an der Loh wir haben wir nicht und kraft direkt mal oh man Ah, nicht fliegen, fliegen ist zu cheaterisch. So, da wird da nix spawnen, da schmeißen wir auch faires halber 2 weg, hängen wir hier rein, und, und, bauen wir was ab und es ist wieder Tag, ey, ich liebe es, wenn es wieder Tag ist. Wo ist das denn, blödes Vieh, blödes Dreck Vieh, und, ich liebe es, ich liebe es, das ist wieder Tag, ich liebe es, weiss ich liebe es, und, dann, wo wir das hier rein, und, dann würde ich sagen, ich bin ja nachgewachsen. In der nächsten Folge, Leute, gehen wir dann, na nicht in die Hölle, aber, wir waren noch ein bisschen die Insel weiter obwohl wir können ja in der nächsten Folge mal in die Hülle gehen und mal die Items da rausholen aber ja, das sehen wir halt in der nächsten Folge wenn euch das ganz gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über Live freuen und wenn ihr weiter nichts verpassen wollt könnt ihr natürlich auch abonnieren, auch nur wenn ihr wollt ok i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through for you 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 can't you let the light shine through Outro